Ja, was soll ich sagen, mit uns wird es definitiv nicht langweilig in dieser Saison. Wir haben natürlich einen Start erwischt, den wir uns ganz anders vorgestellt haben. Aber wenn man jetzt berücksichtigt, aus welcher Phase wir kommen, und dann liegt man hier 0-2 hinten nach 28 Minuten. Welche Moral, welche Energie, welchen Glauben die Mannschaft dann wieder auf den Platz bekommen hatte, dafür ein großes Kompliment. Am Ende steht der Sieg, der war extrem wichtig für uns, dass wir mit einem Sieg starten in den nächsten Block. Wir freuen uns über die Moral, über die vier Tore, die wir erzielt haben. Wir ärgern uns über die zwei Gegentore. Trotzdem war es heute wichtig, so eine Reaktion zu zeigen. Wir sehen uns über die zwei Tore, die wir erzielt haben. Vielen Dank.